Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video bei Longboarding Germany. Heute probieren wir mal ein bisschen das Skaten aus und zwar waren wir beide noch nie auf einer Halfpipe und haben hier am Unlocal Spot bei uns eine kleine und gucken mal wie wir uns schlagen. Ja, habt Spaß! Perfekt vor der Seite, dass die da wieder hoch geht. Musik Das ist eine Defendung. Musik Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Also das ist jetzt das Ergebnis unserer Arbeit, hat trotzdem Spaß gemacht und naja, ich hatte richtig Bock eigentlich zu schaffen, fand ich ein bisschen schade, dass es am Ende doch nicht funktioniert hat, aber naja, man kann nicht alles haben, wir werden das auf jeden Fall weiter probieren. Wir haben jetzt auch einen neuen Instagram Account, LongboyinGermany heißt der, ist hier oben links in der Ecke verlinkt und ja, außerdem haben wir neue Shirts, hier seht ihr es auch mal kurz noch von hinten, richtig sick. Und ja, auf jeden Fall finden wir die ziemlich cool. Uuuuuh... Vielen Dank.